Vor den Freiburgern. Auf geht's. Der Sportklub von links nach rechts in den roten Trikots. Und gleich mal mit einer riskanten Einlage von Benjamin Uphoff. Und da heute ein 16.30-Spiel ist, wird es das natürlich auch morgen geben. Schauen wir mal noch auf die Szene. Schipnoski wieder. Schipnoski, aber Uphoff auf den Posten. Triple Schipnoski. Die dritte Chance für ihn. Hat sich da noch an Unterarm ein bisschen wehgetan, deswegen unterbricht. Und das können sie jetzt auch hier. Klos. Misuta, sehr umtriebig. Klos, Tor! Was ist passiert? Schlechter Ball von Müller. Dann ist es Klos, der selbst einleitet. Mit Misuta. Und der mit dem Überblick. Und das war's dann. In der ersten Hälfte. Die Arminia aus Bielefeld. Durch Fabian Klos. Sein Treffer in der 22. Minute. Alle bereit. Und dann geht's weiter. Bielefeld. Jetzt von links nach rechts. In der zweiten Hälfte. Und gleich mal die erste Aktion. Da ist Biancardi. Biancardi! Hier nochmal raus hinten von Schreck. Entscheidend dann hier dieser Zweikampf. Und direkt der neue Mann, Momolu, mit dem Ball. Günther. Auch seine Flanken bislang nicht besonders glücklich. Muss man zugeben. Ah, Biancardi da von lang gefoult. Jetzt könnte es die erste gelbe geben. Greift da hinten dran. Und das eine rote Karte. Jetzt, dass er hier... Also... Notbremse könnte gewesen sein. Letzter Mann. Deswegen wohl... Ja, hier sieht man's. Also er wäre frei durch gewesen. Ist jetzt nicht... Tor! Der ist drin. Jetzt eindeutig. Oppi mit der Ecke. Und da steht... Hat eine Mannschaft, die du erstmal schlagen musst. Und das haben sie getan. Souverän. Siegt Arminia Bielefeld mit 3 zu 0. Beim SC Freiburg 2. Und... atmet wieder... Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.